Abigail Hobbs ist aufgewacht. Opfer? Sie haben Dad erschossen. Oder Bestie? Falls sie nicht seine Helferin war, weiß sie eventuell, wer sonst. Ich denke, sie hat etwas zu verbergen. Wenn sie sehen, was du getan hast, sehen sie dich als Gehilfin. Sie werden keins von den Mädchen finden. Du hast meine Tochter umgebracht! Hannibal. Das neue Serien-Highlight. Am nächsten Donnerstag, um 22.15 Uhr.